Meine sehr geschätzten Damen und Herren, liebe VolksTV zu Sehe, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur bereits dritten Ausgabe von unserem Kaiserbier Musikanten Stammtisch. Und apropos Kaiserbier, diese heutige Sendung beginnt gleich einmal ganz, ganz perfekt. Was sind denn in unserer goldenen Mitte? Da befindet sich der Günther und er ist seines Zeichens der Verkaufsdirektor aus dem Bundesland Salzburg, was dieses exzellente Bier anbelangt. Der Stammtisch, der wird gleich eröffnet, es sind heute unfassbar viele Musikanten mit dabei, die hoffentlich auch sehr viel Bier trinken werden, aber Günther, erklär uns mal, du hast ja sehr, sehr viel auch mit Musikanten zu tun, was macht das aus? Warum passt das so gut, die Kombination Musik und Erhaltung, Gaudi und ein gutes Bier, Kaiserbier? Genau, also da geht es um die Wirtshauskultur im Land, Bundesland Salzburg, das fördert Kaiserbier und was passt da besser zusammen, wie immer ein gutes Wirtshaus, eine gute Stimmung, ein guter Wirt, der eine gute Kost anbietet, eine gute Atmosphäre hat, die Leute sind entspannt und haben Spaß, es gibt da Musik dazu und natürlich auch ein gutes Bier und das ist das Kaiserbier im Bundesland Salzburg. Wenn wir uns über dieses gute Bier unterhalten, dann wirst du mir hoffentlich gleich einige wichtige Gründe nennen, warum man dann doch fast jeden Tag ein Glas trinken darf. Bier ist gut schmeckend, was ist es noch? Ja, Bier ist entspannend vor allem, wir sind in einer sehr hektischen Zeit, glaube ich, alle miteinander und ab und zu geht man halt dann zu einem Wirt, wo man wirklich entspannt, ein Glas Bier oder auch zwei, natürlich muss man dann aufpassen beim Heimfahren, wissen wir alle, aber da kann man sich mit Bier so richtig entspannen und Spaß haben und das tut, glaube ich, Körper und Seele gut. Ein klein wenig persönlich muss ich natürlich schon noch werden. Verkaufsdirektor im Bundesland Salzburg, das klingt wirklich ganz, ganz interessant. Was sind denn so deine Hauptaufgaben? Was darf man sich darunter vorstellen? Wie sieht bei einem Herrn Verkaufsdirektor ein ganz normaler Arbeitstag aus? Beginnt man da schon mit einer kleinen Kostprobe am frühen Morgen oder wie verläuft das? Ja, man kann mit einer Kostprobe beginnen, aber das ist ein alkoholfreies Bier. Mittlerweile ist das ganz ein wichtiger Faktor, wie wir alle wissen, das Bier erst nach vier oft, weil vorher hat man wirklich was zu tun und daher trinken wir gerne alkoholfreies Bier, gibt es in verschiedensten Varianten. Meine Hauptaufgabe im Bundesland Salzburg ist, wir haben über 3000 Kunden, Gastronomie-Kunden und die wollen wir zufriedenstellen, die wollen wir so servicieren, dass sie für ihre Gäste dann das Optimale anbieten können und immer rechtzeitig die richtigen Produkte haben, die richtige Schrankanlage haben, sodass sie wirklich zum Wohl ihrer Gäste arbeiten können. So sitzen wir alle in einem gemeinsamen Boot, der Gastronom, die Brauerei und der Gast, der am Ende gerne zu uns kommt, zum Wirt kommt und uns halt dann auch das Bier abkauft und von dem können wir dann auch leben, aber das wieder investieren, auch in die Gemeinschaft, so fördern wir eben genau diese Dinge wie auch die Volkskultur, Volksmusik, was einfach zum Wirtshaus, zur Wirtshauskultur dazugehört. Du sprichst schon das Wir an und da kommen wir gleich zum Gregor. Gregor, der Stammtisch beginnt gleich, es ist heute wirklich soweit, meine Damen und Herren, wir sind restlos ausgebucht, das bedeutet wahrscheinlich, der Gast wird selbst, wird heute nicht ganz so viel Kaiserbier zu trinken bekommen, weil er eben mehr arbeiten muss, aber Gregor, es gibt eine Top-Schrankanlage bei dir, es passt wirklich alles, eben auch das Kaiserbier. Was ist der Grundfaktor, warum das Kaiserbier bei deinen Gästen so richtig gut ankommt? Gibt es da vielleicht so ein Erfolgsrezept? Ja, wie haben wir schon gesagt, um die Entspanntheit, eben zu einer spitzen Musik, ein Seiterl trinken, das gehört einfach dazu, hier bei der Spitzen-Schankanlage, die was genau das vorgeschriebene Grad rausbringt und das ist glaube ich das Wichtigste und die Leute genießen einfach das Ambiente und unsere Musik und unseren Kaiserbier-Musikantenstammtisch. Das ist schon mal ein richtig guter Start und bevor wir endlich anstoßen dürfen, das ist eine Qual, wenn man da immer hinschaut und wir nicht hingreifen, darf meine Damen und Herren, Sie dürfen natürlich auch zu Hause dann anstoßen. Die allerletzte Frage, sollten Gastronomiebetriebe zusehen, die jetzt sagen, ja wir haben eigentlich alles, nur das Kaiserbier fehlt, wie kann man sich da melden, wie kann man eben den Verkaufsdirektor kontaktieren, wie verläuft das am besten ab? Wir haben zwölf Außendienstmitarbeiter, die sind alle vor Ort und am besten, die sind sicher bekannt in der Region, einmal dort melden oder natürlich auch bei mir melden, zentral, bei Kaiserbier einfach sich melden und sagen, wir hätten auch gerne ein raufrisches Kaiser. Wir würden uns freuen, wenn wir dann zum Gastronomen kommen dürfen und ihm unser Sortiment vorstellen dürfen. Es ist alles angerichtet, liebe Zuseher, es ist angezapft und somit, mein Herrschaften, Prost! Dankeschön, Herr Verkaufsleiter! Prost! Prost! Brost! Plast! Trost! Applaus 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 Das ist unser Kaiserbier-Musikanten-Stammtisch, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Unfassbar viele Musikanten sind heute mit dabei. Die Hütte bebt und das auch wegen dieser Formation. Ich darf begrüßen den Hannes von Gellers Blut. Lieber Hannes, erst vor einigen Wochen haben wir uns im VolksTV-Studio getroffen. Jetzt treffen wir uns hier schon wieder. Obwohl man jetzt ehrlich gestehen muss, diesmal habt ihr nicht so einen langen Nachhauseweg, oder? Nein, Heike, das ist ganz gut. Gut, also Servus liebe VolksTV-Zuseher, lieber Daniel, lieber Vega. Danke, dass wir kommen haben dürfen. Es freut uns immer wieder. Heute eine Dreiviertelstunde, das geht schon. Und da haben wir jetzt nicht so weit vor müssen wie zu dir. Aber fahren wir natürlich auch gern. Und da sind wir auch gern wieder dabei, immer bei dir. Erzähl unseren Zusehern dennoch ein wenig über eure Formation. Die Gruppe nennt sich Gellers Blut. Wie lange gibt es diese schon und was macht ihr für Musik? Ja, also uns gibt es jetzt mittlerweile seit 2013. Also heuer starten wir ins sechste Jahr. Und wir sind schon international unterwegs gewesen, machen natürlich zünftige Zillatola Musik. Da ist natürlich auch Party, Hitzaport dabei. Und natürlich ziehe ich auch Trompete, Pariton, alles. Und da machen wir einfach ein punktgemischtes Programm und das gefreut uns. Und den Leuten gefällt es auch, dass wir nicht schon das sechste Jahr auf dem Weg sind. Und das gefreut uns natürlich, wenn wir viele Auftritte haben dürfen und da weiter umeinander kommen. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, wir sind auch Kollegen. Zwar nicht Gewichtskollegen, aber instrumentalistisch gesehen. Du bist ja auch ein begnadeter Trompeter. Ihr seid ja eigentlich, wenn ich das ausdrücken darf, aus einer Blasmusikkapelle entstanden, oder? Ja, richtig. Wir waren bei der BMK Gerlos, Bundesmusikkapelle Gerlos, alle dabei. Und ich und mein Bruder durften da als erster Flügelhahn spielen. Wir haben eigentlich mit Bläsersachen viel zu tun, weil ich und mein Bruder waren beide bei der Militätsmusik in Tirol dabei. Da haben wir uns einen Präsenzdienst geleistet, 14 Monate. Sozusagen Berufsmusiker waren wir da und das hat uns auch relativ gefallen. Und das taugt uns immer wieder auch, wenn wir live Trompeten einbauen dürfen und das Pariton. Und das ist einfach auch ein bisschen eine Leidenschaft für uns. Das gefällt auch diesen Herren. Und zwar der Gregor ist ja auch ein ausgezeichneter Paritonist. Aber lieber Gregor, weißt du, was interessant ist? Wir werden ja morgen Gerlos besuchen, diese einzigartige Ortschaft. Und man ist dann trotzdem in einem anderen Bundesland. Da ist man in Tirol und jetzt ist man in Salzburg. Gibt es eigentlich musikalisch gesehen einen Unterschied? Klingt es in Tirol anders wie in Salzburg, also vom Stil her vielleicht? Ja, aber wie? Es sind die wilderen Hunters wie mir. Können wir das irgendwie besser beschreiben? Da ist mir ein Zunder drinnen. Da muss man einfach sagen, ich bin seit ich eigentlich Berufsmusiker bin immer bei Tiroler Gruppen dabei. Und jetzt bei einer Zillertaler Partie. Und man merkt einfach, wenn die Zillertaler oder die Tiroler einen anheben im Bierzeit, dann ist halt etwas anders locker, als wenn ein gemütlicher Obergrenner gespielt wird. Es wird auch Obergrenner gespielt, aber halt natürlich mit den Zillertaler oder Tiroler Schmähern, da geht es dann richtig zünftig rund. Genau deswegen machen wir eben diesen Stammtisch, da kann man sich über alles unterhalten. Die letzte Frage, lieber Hannes, wie kann man euch am leichtesten erreichen, wenn man sagt, ja, Gerlos Blut muss bei uns aufspielen? Ja, also wir haben eine Homepage www.gerlosblut.at und natürlich, da steht auch meine Telefonnummer drinnen und da können wir natürlich quatschen oder E-Mail schicken, also alles ist erlaubt. Und ja, das passt einfach nicht. Ich danke dir, dass du da seid, viel Spaß bei uns hier im Gästehaus Mitterreg und alles Gute weiterhin. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Heute war es ein kurzer Weg. Lieber Christoph, die wahrscheinlich meistgefragteste Fragenstellung, um mich so auszudrücken, war wahrscheinlich bis dato, seid ihr Brüder oder wie sieht das aus? Die Wildkogelbüren sind miteinander wie verwandt? Wir zwei sind Cousins und ich meine immer wieder viel, dass wir Brüder sind, aber wir sind Cousins. Wir dürfen ja heute schon ein bisschen im Sommer, kann ich mich noch erinnern, es geht auf eine der wohl bekanntesten Bühnen Österreichs und zwar ruft, wenn die Musi spielt. Genau, das ist super, das ist wieder eine große Chance, dass wir da zum zweiten Mal dabei sein dürfen, wenn die Musik spielt und da freuen wir uns schon sehr und hoffen, dass viele Fans und Freunde dabei sein werden. Haben wir noch weitere Ziele für die restlichen Monate im Jahr 2019? Ja, Ziele sind dort immer fleißig musizieren, viel neue, eigene Titel schreiben und einfach Spaß haben an der Musik. Und jetzt zum Abschluss gibt es für euch beide die gleiche Frage. Was gehört für dich, lieber Luki, zu einem Stammtisch? Was darf für dich bei einem Stammtisch nicht fehlen? Ja, ganz klar, die gute Musik, die gute Bewertung, nette Leute und dass wir einfach ein super Klima haben und dass das alles perfekt passt, also das gehört zu einem guten Stammtisch, das ist auch die Song. Sehr interessant, wie sieht es der Christoph? Ja, ich sehe es eigentlich genau gleich, ich kann einfach nicht zusammenhucken, nicht miteinander musizieren und ein Gaudi haben. Zu einem optimalen Stammtisch, meine Damen und Herren, zu einem optimalen Kaiserbü-Musikantenstammtisch gehört eben Schneidige Musi, Sie haben es selbst so genannt, von diesem wunderbaren Duo. Die Wildkogelbü-Musikanten spielen jetzt für uns auf. Dankeschön, meine Herrschaften, dass ihr da seid, dankeschön, dass ihr live uns spielt, die Hütte geht halt wirklich über, das soll so bleiben und ihr bleibt auch so. Pfiat euch! Pfiat die Dankeschön! 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 Ja, es ist so wunderschön, bei uns in die Berg zu leh'n, die Berg, da fühl' ich wie zu Haus. Du bist das Volkerblut, und da geht's mal so gut. Du bist das Volkerblut, und da geht's so wunderschön, bei uns in die Berg zu leh'n, die Berg, da fühl' ich wie zu Haus. Du bist das Volkerblut, und da geht's mal so gut. Da hängt es ja nicht so wie lang, von mir, mein Hormann, ein Riesenfreude wahr. Und die Kühe auf der Alm singt, und es geht immer, ist er ruhig. Die Zimmerin aus dem Fenster lockt, und der Geschlechterfreude mocht. Und die kleinen Züge zum Antrag, das kann man nicht sehr gerne mal. Und oben dann vom Gimten schau' und auf Gott vertrau'n. Da hängt es ja nicht so wie lang, von mir, mein Hormann, ein Riesenfreude wahr. Du bist das Volkerblut, und da geht's mal so wunderschön, bei uns in die Berg, da hängt es ja nicht so wie lang, von mir, mein Hormann, ein Riesenfreude wahr. Liebe Zuseher, wir dürfen hier bei uns im Stammtisch Stüberl schon wieder neuen Besuch begrüßen. Und diesmal wirklich einen ganz, ganz besonderen Mann. Seines Zeichens auch Ottmann, eines ganz bekannten, ja, wie darf man den Verein eigentlich am besten ausdrücken? Übernimm du das gleich einmal, Sepp. Das ist der Jungmusikantenverein Pinzgau. Der Jungmusikantenverein Pinzgau. Das heißt, daraus kann man schließen, da trifft man sehr viele junge, talentierte Musikanten. Ja, der Jungmusikantenverein Pinzgau ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche einen Ort zu schaffen oder eine Plattform, wo sie auch Musikalität oder auch Liebe zum Instrument oder Liebe zur Musik ausleben können. Das bedeutet jetzt, ist das eine Art Blaskapelle, oder gibt es da wirklich für jedes Instrument einen Platz, oder wie sieht das da aus? Also, uns gibt es bis jetzt drei Jahre und wir haben bis jetzt auch Bläser dabei gehabt. Vorwiegend ist bei uns die steirische Harmonika noch immer, mit denen hat es angefangen. Also, ich habe also eine kleine Harmonikaschule auch und da unterrichte ich halt. Und, wie gesagt, irgendwann ist der Verein entstanden, weil wir halt auftreten wollten und das ist mir in einem Verein einfach leichter. Und jetzt sind wir schon groß, jetzt haben wir schon 60 bis 80 Kinder immer ständig gemeldet, die bei uns im Verein mitwirken. Und wir haben richtig schon alles, die Instrumente fast dabei gehabt. Das taugt uns voll. Und wenn der Obmann gute Arbeit leistet, dann wird das eben immer größer und größer. Was dann aber auch zu einem kleinen Problem kommen kann, beziehungsweise zu einem Problem wird, wenn der Platz nicht mehr reicht. Und da habt ihr jetzt aber auch eine Lösung gefunden. Ja, wir kriegen heuer einen neuen Vereinssitz. Und zwar ein neues Vereinslokal in Utendorf. Das soll von unserer Seite aus, also von JMVB, eine kleine Jugendzentrale in Oberpinsgar werden. Weil wir haben da im Vereinslokal noch einen Veranstaltungsraum oder Proberaum, nenne ich es besser so, mit 10x10 Metern. Und das, glaube ich, ist ein ganz guter Größ, dass wir abherzt hier tanzen, weil wir haben momentan schon Tanz, wir singen bei uns, wir musizieren miteinander. Und wir schauen, dass wir auch Bands unterstützen, die Junge. Das sind zwei 8-Jährige, die wollen miteinander spielen, die wollen eine Gruppe haben. Oder 14-Jährige, 5. Und dann unterstützen wir es mit unserem Know-how. Und dann schauen wir, dass wir dir so richtig für die ersten Auftritte ein bisschen unter die Füße helfen. Und dann funktionieren die ersten Auftritte. Und oft bleibt das dann auch. Und was mir so hängen geblieben ist, ich habe es nämlich schon gehört vom einen oder anderen Musikanten, ihr habt in diesem Zuge eine ganz besondere Bausteinaktion ins Leben gerufen. Wie sieht das jetzt aus? Kann zum Beispiel ein Zuseher zu Hause jetzt wirklich diesen Jungmusikantenverein unterstützen? Ja, und zwar natürlich, wenn man jetzt so ein Projekt wie unser neues Vereinslokal angeht, haben wir uns gedacht, dass wir eine Bausteinaktion machen, weil wir wollen das Ganze auch optimieren. Wir wollen so viel wie möglich, dass die Kinder da hinten super musizieren können, alle möglichen Bereiche andecken können, weil wir eben mit dieser Bausteinaktion das fertig einrichten, sagen wir mal so. Und da ist uns eine ganz tolle Idee natürlich eingefallen. Wir machen eine Bausteinaktion, wo jeder einen Baustein kaufen kann. Der Bausteinzugleich ist auch ein Los. Das heißt, es gibt dann auch am 19. Oktober, haben wir die Eröffnung von unserem Vereinslokal, gibt es eine Verlosung. Und jetzt kommt der Hammer. Wir haben drei Preise, die ich gewaschen habe. Der Hauptpreis ist eine steirische Harmonika, eine vierereige, um 6.000 Euro von der Firma Alpengold. Der zweite Preis ist ein Fernseher, gesponsert von der Firma Visa in Mittersil. Und der dritte Preis ist ein Laptop, gesponsert von der Firma Computertechnik Wolf in Urtendorf. Das bedeutet im Endeffekt, meine Damen und Herren, liebe Zuseher, man kann etwas Gutes tun und mit ein bisschen Glück sogar richtig, richtig abräumen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Bevor wir jetzt aber klären, was ihr beide miteinander so alles gemacht habt in den letzten Jahrzehnten, darf man so sagen, möchtest vielleicht noch, habe ich gehört, eine Veranstaltung durchgeben, weil das ist auch ein großes Highlight hier in dieser Umgebung. Ja, wir haben es heuer wieder geschafft, einen mega Auftritt für die Jungmusikanten in Winzgau heranzuziehen. Und zwar das Austro-Pop-Festival in Karbronn. Da möchte ich vor allem einmal die Veranstalter, an Schwerger Markus und an Gassner Christoph danken, dass sie an uns gedacht haben und dass sie uns eingeladen haben für das. Da werden 70 Jungmusikanten auf der Bühne stehen, da wird Schuchplattel, da wird musiziert. Und natürlich gesungen und als Highlight spielen wir nachher, weil die Jungmusikanten haben beim halben, neun Jahr Schluss, die Äschenauer-Tanzlmusik drauf. Und ich glaube, das wird ein super Abend, es geht um 18 Uhr los, um 17 Uhr ist nachher der Eintritt. Und wir machen da einen Vorverkauf, also es ist alles möglich und wir freuen uns auf das Fest schon total. Wann und wo ist dieses Fest geplant? Am Donnerstag, den 20. Juni, ist ein Feiertag, bietet sich gut an. Und wie gesagt, mir lohnt alle ganz herzlich ein, alle Zuseher bei den Fernsehschirmen. Kommt vorbei einmal, schaut sich einmal die Jungmusikanten von Winzgau an. Wunderbar. Und jetzt zu diesem Thema. Lieber Gregor, ihr zwei seid wirklich schon richtig, richtig dicke Freund. Und das ganz Schöne daran, wir werden sie dann auch gleich gemeinsam musizieren hören dürfen beim Stammtisch. Erzähl uns, was waren eure gemeinsamen oder eure größten gemeinsamen Erlebnisse? Wir haben eine beschränkte Sendezeit. Und wie habt ihr euch kennengelernt, Gregor? Ja, wir kennen uns, wir sind von selbem Ort. Wir kennen uns schon eigentlich von klein auf. Ich habe dann immer Musik gemacht und der Sepp auch. Und ich habe dann einmal ein bisschen die Schnauze voll gehabt und habe einmal nicht mehr gespielt. Und da war ich im Wirtshaus und da sind wir zufällig zusammengekommen. Und da sagt er, jetzt hol dir einen Bariton und spiele einen mit. Dann bin ich rüber, habe den Bariton geholt, habe auch mitgespielt. Und dann sind wir in der Formation Tirolbauer dann auf dem Weg gewesen mit Mascha Christian. Eine wunderschöne Zeit gehabt. Und wir zwei sind natürlich extrem unterwegs gewesen. Mit einem Abris-Schee anplackt, also vor dem Fenster. Und wir haben richtig eine wunderschöne Zeit miteinander gehabt. Und es war mir jetzt einmal ein Ding, dass man da ist, am Stammtisch, dass man mal sehen, was los ist. Am Stammtisch, da trifft man die alten Freunde, sagt man, bei uns in der Steiermark. Und das stimmt auch tatsächlich. Meine Damen und Herren, jetzt gibt es eben diese exklusiven Klänge. Ich verspreche Ihnen nicht zu viel. Also bleiben Sie unbedingt dran. Das ist unsere dritte Ausgabe vom Kaiser Biomusikantenstammtisch. Und jetzt gibt es ein sogenanntes Revival. Freuen Sie sich und gute Unterhaltung. Wie die Sau mit ihr, wenn immer einen Dango aufs Parkett, da wackelt das Kutelett und manches die Luft wird. Liegt die Schweinebauch und Schweinebauch. Ich dachte, dass sie meine Lüster gut ins Gehackte. Sagt der Lieberlein zur Sau, bist du heut mein? Sagt sie einfach nur, mein Schatz, heut hast du Schwein. Zweite Strophe. Ihr geht's in Flaxen bis in die Haxen, Liebling, dein Bauchspeck ist so wunderbar durchwachsen. Drauf flüstert sie ihm im Schweineohr. Von dir ein Schnitzelstelle, mir fangt das nicht vor. Liegt die Sau mit ihr, wenn immer einen Dango aufs Parkett, da wackelt das Kutelett und manches die Luft wird. Liegt sie Schweinebauch und Schweinebauch gedachte, dass sie meine Lüster gut ins Gehackte. Sagt der Lieberlein zur Sau, bist du heut mein? Sagt sie einfach nur, mein Schatz, heut hast du Schwein. Jetzt wird's schwierig. Die dritte Sprache. Der alte Eber nennt sie sein Pfückchen, er legt sein schlankes Eisbein um ihr Kassleriken. Doch schließt sie selig die Euglern zu und sagt, was machst du mit dem Knie? Außer du, lieg die Sau mit ihr, wenn immer einen Dango aufs Parkett, da wackelt das Kutelett und manches die Luft wird. Liegt sie Schweinebauch und Schweinebauch gedachte, dass sie meine Lüster gut ins Gehackte. Sagt der Lieberlein zur Sau, bist du heut mein? Sagt sie einfach nur, mein Schatz, heut hast du Schwein. Es verschärft sich noch nachts. Letzte Strophe. Ein kleines Problem. Ja, ja. Der alte Eber. Ja, ja, ja. Okay, dann hab ich ihn da schon drauf. Ein Notformes, weil ich dann den Refrain da mal noch. Ja, bitte. Und die ganze Lüsterkunde ist auch mit ihr, wenn immer eine Dango aufs Parkett, da wackelt das Kutelett und manches die Luft wird. Mit sie Schweinebauch und Schweinebauch gedachte, dass sie meine Lüster gut ins Gehackte. Sagt der Lieberlein zur Sau, bist du heut mein? Sagt sie einfach nur, mein Schatz, heut hast du Schwein. Er schwört ihr Liebe, zwei-, drei- und vierfach, ich werd dich immer lieben, auch noch im Gefrierfach. Darauf schließt sie seelieb durch ihn zu und sagt ein Schatz, wie denn ein kleiner Lausen. Die Klatsche! Die Sau, wie hier, ist immer eine Kutelett. Ich bin ein Schatz für fünf und zwei, drei- und vierfach, ich werd Leute, mit ihr SPEAK und Schweinebauch gedachte, dass sie meine Lüster gut ins Gehackte. Sagt der Lieberlein zur Sau, bist du heut mein? Sagt sie einfach nur, mein Schatz bis zum Schwein. Auf dieses nächste Gespräch, liebe Zuseher, freue ich mich ganz besonders, denn wir haben heute wirklich viele Musikanten aus Salzburg hier, aus Tirol und auch eine Formation aus meinem Heimatbundesland und zwar aus der Steiermark, das sind die Jogelländer. Und lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wirklich zum allerersten Mal begegnen und kennenlernen dürfen. Jetzt erzähl uns gleich einmal allesamt, seit wann gibt es die Jogelländer? Und ja, was macht Jogelländer aus? Ja, ein herzliches Servus einmal von unserer Seite. Danke für die Einladung, dass wir da heute da sein dürfen, gefreut uns natürlich sehr. Ja, uns Jogelländer in der Formation, wie wir hier sind, gibt es schon seit drei Jahren und wir haben eigentlich früh angefangen zu musizieren. Eigentlich vor elf Jahren haben ich und mein Kosein, der Andreas auf der Steirischen Harmonika, angefangen zu musizieren. Ja, und auf die sind es immer besser gekommen und würden immer mehr. Ja, und oft haben wir dann gesagt, okay, machen wir ein Trio draus, haben wir in der Edlerformation gespielt und dann haben wir gesagt, okay, weil wir große, die Steinkagel auch große Vorbilder und die Edlseer auch große Vorbilder von uns sind, haben wir gesagt, okay, machen wir diesen Sound, gell. Und oft haben wir noch einen vierten Mann dazu genommen auf der Gitarre und ja, seit drei Jahren sind wir jetzt die Jogelländer. Der Gregor Schwunzelgerade, denn wir haben uns heute zu Beginn dieser Sendung schon unterhalten. Er hat gesagt, diese Steirer, die kennen wir mir vor wie die jungen Stoenkagler und du sprichst das auch selber an, edler Trio, das ist natürlich eine Marke, die Stoenkagler, das kennt man. Und was mich ganz besonders freut, es gibt mittlerweile schon sehr, sehr vieles. Junge Musikanten werden, Schlagerstars, Rapper, DJs, etc. Ihr bleibt aber wirklich den urigen, volkstämlichen Klängen treu und das hoffentlich ein Leben lang. Genau, das ist richtig. Also wir sind schon aufgewachsen mit dem Sound. Wir haben, früh aus Zeiten, wie die Stearnis gespielt haben, waren wir schon mit dabei und haben uns das verfolgt und auch daheim, die Eltern haben musiziert und da haben wir das immer ein wenig mitgekriegt und haben wir schlussendlich auch selber ein Instrument lernen dürfen. Lieber Thomas, wenn wir euch schon da haben bei unserem Stammtisch, was sind denn so eure nächsten Vorhaben? Habt ihr große Ziele in nächster Zeit, die es zu verfolgen gilt? Ja, also wir sind jetzt gerade dabei bei einer CD-Produktion. Also wir haben jetzt ein paar Titel mehr aufgenommen. Das ist einmal der nächste große Schritt für uns. Ja und einfach, dass wir die Leute begeistern mit dieser Musik, das ist unser größtes Anliegen. Ich habe selbst eine Riesenfreude dabei, das merkt man und das ist natürlich auch sehr wichtig. Lieber Gregor, jetzt sind die Stearn dran und das freut mich sehr. Und ich glaube, es ist auch uns eine große, wirklich große, oder sagen wir es anders, es ist uns ein großes Anliegen, dass man immer wieder auch junge Formationen, neue Formationen hier in unserer Sendung präsentieren kann. Denn natürlich wissen wir, Stars dürfen nie fehlen, aber ohne die Jugend wäre es wahrscheinlich auch nicht so lustig. Nein, da würde es einem einmal die Stars in der Zukunft geben, wenn wir die Jugend nicht hätten. Und da sind wir schon froh und überhaupt, die Steirer, die können halt bradeln und das, was gehört dazu zum Bradeln, der Stammtisch. Und da ist es wichtig, dass bei dem Kreiserbier Musikantenstammtisch die Jugendländer da sind. Das ist auch ein großes Plus an dieser Sendung, meine Damen und Herren. Sie lernen hier einige Vokabeln. Die zugehen ist die steirische Harmonika. Ja, umbradeln, das bedeutet anspielen. Also vielleicht haben Sie einen Stift zu Hause. Sie können in dieser Sendung nicht nur viel Musik hören, sondern auch viel lernen. Das allerletzte, die allerletzte Frage an deine Wenigkeit. Was gehört für dich zu einem absolut gelungenen Stammtisch dazu? Also für mich gehört dazu eine riesen Gaudi. Gemeinsam musizieren. Ein Glas Bier. Ja, und einfach miteinander musizieren. Ich liebe diese Sendung. Prost, meine Herrschaften. Viel Spaß mit Musik. Wir sind gleich wieder zurück. Hoffentlich, wenn es so weitergeht. Prost, top, top, go. Musik Ja, und einfach miteinander musizieren. Ja, und einfach miteinander motor. Hm-します. Musik Ja, und einfach miteinander busitzieren. Ja, und einfach miteinanderuziehen. Das allerletzte, die allerster ат delivered in Wade. Das allerletzte, die Allesraste und weitergeht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Da war ich 18 Jahre unten, Blasmusik in Uttendorf, 35 Jahre geworden. Nachdem bei den Huber Franz 30 Jahre, Heimatländermusik in Huber Franz. Nachdem habe ich Tanzmusik gespielt, von 67 bis 77. Nachdem ich 74 mit der Uttendorf einschützen muss, bis 90 ungefähr. Dann wollte ich das noch einmal aktivieren, ist die gegangen. Dann haben wir die Pinzgarer-Eusschützenmusik gegründet. Die ist auch ungefähr 10 Jahre gewesen, zwischendurch bin ich aber bei den Kreisen angekommen. Da ist der Siegfried Sommer noch gewesen, der Militärkappelmeister. Bei dem habe ich schon aushilfsweise dabei sein dürfen. In Krakau gewesen, in Mehran, überall hat man natürlich getaugt, das hat man umgefahren. Nachher hat er gesagt, die brauchen wir noch öfter, wir müssen nicht da bleiben. Ja, sag ich, wenn ich da war, dann komme ich. Jetzt bin ich am Montag auf Innsbruck drauf, jetzt sind wir da oben nicht. Und dann heimgefahren habe ich ein paar Stunden um, hätte da schlafen müssen. Und habe es verpasst, zu einer Arbeit gehe, früher noch am Dienstag. Ich bin gespannt gekommen an die Arbeit. Mein Vater war, wenn ich den Schlaf auswärts ziehe, da war ich ein paar Stunden um ein Auto hingeschlafen. So ist es eben das jahrelange Musikantenleben. Für den Gregor bist du auch ein bisschen so wie ein Vorbild, weil man auch merken kann, dass es dann doch, wenn man sehr lange in diesem Geschäft ist, trotzdem Faktum ist. Wenn man immer mit Herzen Musikant ist, dann bleibt das auch so. Lieber Gregor, eine Legende hat uns jetzt erzählt, was sie alles erreicht hat. Was können wir von Sorg, eine Legende lernen? Ja, einiges, glaube ich. Und die Geschichten zum Erzählen, das ist halt nachher, glaube ich, am Ende, kann man nicht dazu sagen, aber auch am weiteren Fortschritt, wo wir gewesen sind von der Musikkarriere, da nachher so zu erzählen können, das ist glaube ich das Schönste als Musiker, dass man das machen kann. Und ich glaube, das war das Wichtigste, um gesund zu bleiben und eine Lässe muss ich machen. Bevor es bei uns mit Musik weitergeht, muss ich dem Ernst ganz schnell jetzt noch eine Frage stellen. Du hast mir erzählt, so 14 Jahre war er, ein Bub namens Gregor und da ist er dir aufgefallen. Aber jetzt nicht nur, weil er vorlaut war, sondern weil er wirklich instrumentalistisch gesehen ein Instrument mitgehabt hat, ein Zugposaun und das war gut, das war richtig gut. Ja, ich habe das so lange gehört, bei der Probe, dann hat es mir das heuer gemacht. Dann habe ich gedacht, das gibt es auch nicht, dass das Baby ja so spielt. Dann habe ich gedacht, da hat er irgendwas eingebaut, ein Computer oder was, unglaublich. Ja, dann hat es mir auch wieder geräucht. Dann habe ich gedacht, ja, dann muss er wieder dahinter sein. Und die Buben schon alle dackeln und was sitzen dann da nicht. Lass uns das abschließen, dann war es wieder zwei Wochen lang der Proberaum und nicht der Essraum oder Essensraum. Lass uns das so abschließen. Lass uns das so stehen, hören wir jetzt auf. Das war Pop, Pop. Pop hab ich viel auch. Und ich hab mit den Buben, mit den jungen Buben hab ich viel Pop auch. Ich hab gern getan. Ich hab mir was gebracht und er auch. Die Jungen sind gut hinbeigewerden, weißt du. Ich hab ja viel getan, weil in der Freizeit hab ich schon viel verbraucht, aber viel muss ich. Das ist eben so ohne Fleiß kein Preis. Ich habe verheiratet 42 Jahre und drei Kinder gehabt. Einer ist mir leider geschlagen mit zehn, ja damals. Aber ich muss sagen, die Frau ist auch nicht zu kurz zu kommen wegen denen, weil ich auch nicht daheim gewesen bin. Lass uns so stehen, hören wir jetzt auf. Es ist wunderbar gewesen und da wollen wir jetzt nichts dran ändern. Meine Damen und Herren, wir haben einen riesen Gaudi. Ich freue mich sehr, dass immer wieder tolle Gäste bei uns vorbeischauen. Jetzt gibt's wieder ganz, ganz tolle Musik hier bei uns im Gästehaus Mittereck. Genießen Sie's, dann sind wir gleich wieder zurück. Es ist ja heute eine ganz, ganz lange Sendung, also nehmen Sie sich Zeit. An Kuchenfenster, da sitzt mein Mutter. Lass uns dangerous. Die Sonntagsbröh, schneicht sie uns aus. Und überm Kogel, jetzt isch und jodeln. Es klingt ein Lied in die Welt hinaus Und ohne Stimme, wenn Stimme mit uns sein Das muss der Sonntagsjugorje sein Und ohne Stimme, wenn Stimme mit uns 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 sein Und ohne Stimme mit uns sein Und ohne Stimme, wenn Stimme mit uns sein Staxen.at, meine sehr geschätzten Damen und Herren Ja, das kennen Sie schon Und ich muss ehrlich gestehen, meine lieben, ich fühle mich heute richtig wahr Es gibt endlich für uns auch beim Kaiserbier Musikantenstand Und das ist eine feine neue Lederhose Und das haben wir euch zu verdanken Und ihr seid ja heute selbst richtig fesch eingekleidet Ich glaube, in einer eigenen Kleidung lässt es sich umso lieber, umso besser feiern Oder, Herbert? Auf jeden Fall fühlt man sich da gleich viel wohler Wie geht es euch sonst so? Fleißig am Tun und Schaffen? Auf jeden Fall Also es wird immer mehr Und die haben uns gefreut, wenn wir noch ein paar dazu gewinnen in den Daten Das hoffen wir natürlich, liebe Zuseher Also bitte notieren Sie sich mal Staxen.at Wenn Sie eine ganz spezielle Lederhose möchten, dann sind Sie genau richtig Denn, bevor wir zur Dame gehen, müssen wir eins klären Hier werden wirklich so Wunschvorstellungen realisiert Bei mir zum Beispiel ist es der Berg Bei dir ganz, ganz vielseitig Das Hirschgeweih lächelt da hervor Also man kann da wirklich seine eigenen Ideen einbringen Dass man auch in der Öffentlichkeit dann behaupten kann Nicht nur Staxen hat dazu beigetragen, sondern es waren die eigenen Ideen Genau, also es gibt von Standard-Motive, was wir fertig schon haben Bis zur Einzelanfertigung, wo man sich zusammensitzt und ganz individuell ein Motiv entwirft Liebe Sarah Zuerst einmal ein großes Kompliment Die Ledernest steht dir genauso exzellent wie das Dirndl Das darf ich sagen, wenn der Mann neben sitzt Ja, natürlich darf man das sagen Wo fühlt man sich oder wie fühlt man sich denn dann als Frau Wenn man wirklich mit solch einer ganz speziellen Mode in der Öffentlichkeit rumrennt Fühlt man sich da auch besonders? Also fühlt man sich da vielleicht besser als manch anderer? Nein, auf jeden Fall fühlt man sich wohl Vor allem sind halt die meisten Dirndler mit den Dirndl-Quanten auf dem Weg Und man hat halt etwas eigenes Man wird angeschaut, weil das nicht so typisch ist für eine Weiberleute Aber auf jeden Fall würde ich jeden empfehlen Jeder muss ja fast heutzutage eine Lederhose oder eine Tracht zu Hause haben Vor allem, wenn man musikalisch unterwegs ist Wie kann man euch am leichtesten erreichen? Jetzt müssen wir gleich noch einmal die Werbetrommel rühren Wie kann man mit euch am schnellsten Weg in Kontakt treten Wenn man sagt, ja das brauche ich Ich brauche eigene Lederhose Wir sind eine Musikgruppe Wir wollen unser Logo drauf haben Wie geht das am einfachsten? Ganz am einfachsten auf unsere Seite gehen www.staxxen.com oder .at Da steht unsere Telefonnummer oder E-Mail schreiben Anrufen, dann machen wir einen Termin aus und sitzen uns zusammen Und schauen, dass wir da gleich einmal etwas auf die Wege legen Das funktioniert immer Eine Frage habe ich noch Was gehört denn für euch zwei zu einem gelungenen Stammtischabend dazu? Die Lederhose natürlich, nicht? Und eine Seite 4 und die Musik auf jeden Fall Musik ist sehr wichtig Hat der Mann noch etwas einzubringen? Nein, gute Stimmung Und dann passt es eigentlich Dann passt es Ich sage Dankeschön, dass ihr heute extra nochmals vorbeigekommen seid Obwohl es wirklich sehr sehr viel zu tun ist für euch in den nächsten Wochen Also wir sagen Dankeschön im gesamten Namen des Kaiserbier Musikanten Stammtisches Wir fühlen uns sehr wohl in dieser Tracht, in dieser Lederhose Und meine Damen und Herren, das können sie mir glauben Jeder kann dort und noch einmal erwähnt seine eigenen Träume verwirklichen Und ihr macht es auch für jeden das allerbeste Ihr seid wirklich bei jedem einzelnen Kunden sehr bemüht Genau Also es ist auch wirklich Handarbeit Es ist nicht wie in einer Pressung gemacht das Ganze Es wird wirklich mit Hand und mit einem Lötkolben quasi von Hand eingebrannt Das Ganze Danke, dass du da warst und alles Gute bis zum nächsten Mal Pfiat euch Dankeschön, ciao Unzählige Musikformationen sind heute bei diesem Kaiserbier Musikanten Stammtisch mit dabei Aber auch die Jüngsten machen Musik Der Luca hat heute flott angespielt Luca, wie alt bist du denn? Neun Jahre Neun Jahre Und wie lange spielst du schon die steirische? Ungefähr drei Jahre Wahnsinn, das kannst du aber schon richtig gut Wie gefällt dir so die Stimmung da? Gut Das heißt, du wirst wiederkommen? Ja Dann sehen wir uns das nächste Mal Du hast schön brav über jeden Tag? Ja Super, hast du ein Vorbild oder machst du einfach selber dein Ding? Ich mache einfach selber mein Ding Super Luca Klatsch ab, danke, bis zum nächsten Mal Pfiat dich Ganz ganz tolle Gäste haben wir heute mit dabei Wie heißt der Mann? Ich bin der Sepp Lieber Sepp und ich glaube die Stimmung ist heute sehr gut Narisch und bandig Also gefällt es dir? Das können wir jetzt schon mal mit einem großen, dicken, fetten Strich unterzeichnen Bist du selber auch Musikant, Sepp, oder bist du heute noch begeisterter Zuhörer? Ich bin heute noch begeisterter Zuhörer, aber ich möchte gerne spielen auch Aber das dauert noch Was wird er heute noch am Stammtisch alles so machen? Schauen wir mal was es noch gibt Jetzt probieren wir mal einen Spritz zuerst Okay, alles klar Woher ist der Sepp? Niederbayern Wahnsinn, aus Niederbayern kommen die Gäste Und ich hoffe wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen Nein, auf keinen Fall Danke dir Alles Gute Danke Servus Danke Das ist die Kathi und die? Sarah Liebe Kathi, du hast ja vorhin auch schon angespielt Wie lange spielst du schon die Steirische? Fast zwei Jahre Aber es macht dir einen Riesenspaß, oder? Ja, voll Und daneben haben wir einen ganz großen Fan von Fredi Pfister Warum bist du denn so ein großer Fan von Fredi? Weiß nicht Kennst du alle seine Lieder? Ja Wirklich? Was ist denn so dein Lieblingslied? Äh Die Tiroler Bornburger? Ja Habe ich mir fast gedacht Da spielst du ja auch schon alles Hast du ein großes Vorbild, Kathi? Ja Wer ist das? Die Emmi Klinger Die Emmi Klinger, die war ja auch schon hier bei uns Also ich drücke dir die Daumen Und dir auch viel Spaß da und danke, dass ihr da seid Super, tschüss Habt ihr viel Spaß da? Super, super Ich habe es meinen Nachbarn gegeben, das ganze Programm und ich Die Nachbarn haben es alles weitergegeben, dass es VolksTV gibt Das ist super, meine Damen und Herren, solche Fans brauchen wir Das ist der Kaiserbiermusikantenstammtisch Und ich sage ihnen eines, wenn sie da nicht dabei sind, sind sie selber schuld Und schon wieder, meine Damen und Herren, erstrahlt es hier bei uns ganz in Rot Der rote Brustfleck bedeutet, wir haben schon wieder Gäste aus Tirol, die wir jetzt begrüßen dürfen Ein ganz, wirklich ganz begnadetes Duo, das Zillertaler Edelweiß-Duo Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, da liege ich jetzt richtig Das mittlerweile auch schon zweimal bei uns beim Volksstadel zu Gast war Und ihr seid ja absolute Marathonmusikanten, jeden Tag fast auf der Bühne unterwegs Und schaut trotzdem so frisch aus Kann man sagen, die Musik hält euch so jung, die Musik gibt euch genau das, was ihr zum Leben braucht? Ja, die Musik gibt uns sehr viel, aber auch was uns sehr viel gibt Dann sollten wir sagen, jeden Tag auf der Bühne zu stehen Und immer so bei erneutenden Leuten zu spielen und auftreten zu dürfen Ihr spielt ja nicht nur in Tirol, sondern ich glaube, Österreich kann man sowieso jedes Bundesland abhacken Was sind so eure weitesten Reisen, musikalisch gesehen? Unsere weitesten Reisen? Ja, wir sind international unterwegs Und sind sehr viel an den USA-Staaten unterwegs, an Kanada Und da machen wir meistens so sechs Wochen Tourneiden Unfassbar, lieber Manfred, dann auch mit diesem Outfit? Ja, natürlich Also wir zeigen ja unser Land natürlich gerne her Und stehen natürlich auch dazu, dass wir Zillertale sind Wie darf man sich das jetzt vorstellen? Wenn man sechs Wochen lang unterwegs ist Ihr seid zu zweit, man kennt das natürlich Wenn man größere Formation ist, dann kann der eine oder andere mal sagen Heute ist nicht so gut der Tag stimmlich gesehen Mach du das für mich mit, zu zweit wird es da schon eng Wie erholt ihr euch da am besten zwischen den Auftritten? Wird da ein Glas Kaiserbier getrunken oder gibt es da eine ganz besondere Medizin? Wie schaut das bei euch aus? Ja, das Problem haben wir natürlich in Amerika generell Dass wir ein Kaiserbier nicht kriegen kriegen Leider Gottes, so schön wie es einem wäre Nein, aber wir probieren das natürlich dann die Zeit zu genießen Was wir in den Rundenphasen haben Und dann trinke ich gerne mal einen Tee auch, ne? Einen Tee, meine Damen und Herren Notieren Sie sich, Tee trinken ist ganz ganz wichtig für die Stimme und auch für das Wahlbefinden im menschlichen Körper Für das Wahlbefinden ganz ganz toll, heute hier beim Stammtisch ist eure Musik Ihr habt ja auch sehr viele Eigenkompositionen mittlerweile auch im Live-Programm mit dabei, oder? Ja genau, zu 80% spielen wir meistens selber die Titel von uns Natürlich auch von anderen Komponisten, aber es ist auch sehr wichtig, dass wir ein aufwechslungsreiches Titel haben Das ist natürlich ganz ganz wichtig, vor allem wenn man so viele Jahre wie ihr derseits schon unterwegs seid Weil man immer wieder Neues auch bringen muss Das Publikum fordert das dann schon fast, weil man euch ein Jahr später wieder was sieht Ja ja, die kennen wir die Hits, aber wo sind dann die Neuen? Jetzt gibt es natürlich auch wahrscheinlich bei euch Zukunftsziele Gibt es vielleicht ein, zwei große Ziele, die wir jetzt schon erwähnen könnten? Ja das nächste Ziel was ist, wir sind ja mittlerweile auch zu dritt im Trio wieder unterwegs Dass wir da jetzt dann natürlich die neue Produktion starten Und natürlich auch ganz viel, was jetzt bei uns wichtig ist Das ist natürlich schön mit Volkstadel und mit Tirolis weiterhin zusammenzuarbeiten, so gut, nicht? Sehr schön, eine abschließende Frage, meine Herrschaften Wir dürfen heute natürlich schon das ein oder andere Kaiserbier kosten Wie oft wird zu Hause dann auch unter der Woche bei euch Bier getrunken? Ja bei mir eher weniger, weil ich nicht so viel trinke, aber wenn ich was trinke, dann trinke ich ein Kaiserbier Und bei dir? Unter der Woche weniger, vielleicht dann im Studiebereich, wenn wir mal irgendwie beim Proben oder beim Aufnehmen sind Dann aber gern, ja Wander, danke, dass du da warst, alles Gute weiterhin, bleibt schön gesund Das ist bei eurem Programm, ich glaube das Wichtigste Und auf einen schönen Abend, pfiat euch! Dankeschön und pfiat euch! ja 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 Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Liebe Volkstv zu sehr, ja jetzt gibt es eine absolute Auge. Man darf auch beim Kaiserbiermusikantenstammtisch einmal das Bier wechseln, wenn es etwas ganz, ganz Besonderes gibt und darüber plaudern wir gleich. Sofort dürfen wir aber einen Wahnsinnsbetrieb vorstellen, Vinobile, hier bei uns beim Kaiserbierstammtisch, den Herrn Geschäftsführer und ja, einen Mann, der das alles erfunden hat. Aber beginnen wir zuerst einmal beim Betrieb. Vinobile ist ein florierender Betrieb, seit 18 Jahren gibt es diesen in Salzburg. Vielleicht möchtest du uns ganz kurz erklären, was Vinobile ausmacht und was sie in erster Linie alles so betreibt. Also Vinobile, das ist ein Getränkehandelsbetrieb und wir sind Komplettanbieter bei der Gastronomie. Das heißt, wir haben nicht nur Bier und auch alkoholfreie Getränke, wir haben natürlich auch Schnäpse, Spirituosen und Weine. Und mittlerweile haben wir schon eine sehr nette Größe erreicht und ausmachen durch uns natürlich das Service und die Regionalität, das heißt die Nähe zum Kunden. Weil wir ja, weil wir kurze Wege fahren, mehrere Lager in engen Gebieten haben und das macht den Betrieb aus. Euch ist es auch wichtig oder man möge es fast sagen, es ist ein Erfolgsrezept von euch, gemeinsam zu schaffen, gemeinsam zu arbeiten, denn dann ist es auch langfristig erfolgreich. Dann ist es nachhaltig und dann besteht auch eine gewisse Verbindung zwischen Kunden und uns und das macht uns natürlich auch aus. Ich freue mich sehr, dass ihr da heute hier seid und dass ihr eben dieses Getränk mitgebracht habt. Jetzt kommen wir gleich zum Erfinder dieses einzigartigen Drinks. Die allererste Frage, was dürfen wir da gleich kosten und wie heißt es? Das Ding heißt Pinzgespritz und besteht aus Prosecco, Krankenlikör, wer es nicht kennt, die Wildpreiselbeer und einem Schuss Soda. Je nachdem, es ist Soda variiert, wie man die Umdrehungen haben will und es passt einfach in den Nationalpark, weil die Kranken einfach heimisch ist. Und wir brauchen keine internationalen Liköre, das haben wir alles selber und genau aus dem Grund ist der Pinzgespritz so erfunden worden oder mir eingefallen, sagen wir es mal so. Jetzt muss ich gleich fragen, natürlich haben wir die große Ehre, dass wir das kosten dürfen. Wir haben ganz viele Zuseher aus Deutschland, aus den verschiedensten Bundesländern Österreichs. Gibt es dieses Getränk schon überall zu erhalten oder wo muss man sich da melden? Also wir verkaufen die Bestandteile auch, aber im Oberpinzgar kann man schon in mehreren Lokalen auch trinken. Und am besten ist, man kommt her und trinkt es da. Ich habe schon verstanden, das soll dann trotzdem etwas Exklusives, ganz Besonderes, dieser Spritz soll eben so eine Besonderheit bei uns zu Hause in Salzburg dann sein. Genau, genau. Das ist diese Regionalität, die wir auch vertreten wollen und das gibt es halt einfach nur bei uns. Die allerletzte Frage und da möchte ich schon Dankeschön sagen fürs Zeitnehmen. Dieser Betrieb ist sehr erfolgreich, seit 18 Jahren hast du mir erzählt. Natürlich, es ist ganz schwierig immer vorauszublicken, man soll auch einmal im Hier und Jetzt seine Arbeit gut erledigen. Aber wie weit kann man überhaupt als Besitzer eines so erfolgreichen Betriebes vorausblicken in dieser Unternehmensbranche? Also wir Musikanten müssen ja vorausblicken, aber wie sieht es da bei euch aus? In Wirklichkeit vorausblicken kann man nicht, man kann einfach nur eine gute Arbeit leisten. Zusammen mit den Mitarbeitern, das ist ganz, ganz wichtig, dass das harmoniert und natürlich mit den Kunden. Und dann ist der Erfolg, kommt dann von selber. Von selbst kommt jetzt endlich einmal die Kostprobe. Meine Herrschaften, Prost, Dankeschön, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, zum Wiederholten mal Prost. Und jetzt trinken wir was ganz Besonderes und Sie bekommen tolle Musik. Bis gleich. Ladies and Gentlemen, we proudly present Außer non-Zum-Zum-Zum, außer non-Zum-Zum-Zum, außer non-Zum-Zum-Zum, außer non-Zum-Zum-Zum, außer non-Zum-Zum-Zum-Zum. Am Dancefloor spiel's ein paar Rischen, ja mei, da schauen die Leute. Dem Gangsterrapper vor der Tür bin Pop, da bloße Leid. Am Dancefloor spiel's ein paar Rischen, der DJ hat's voll drauf. Auch so a Stimmung war noch nie, bis da nicht da geht's auf. Am Dancefloor spiel's ein paar Rischen, genau das, was ich brauch. Ladies and Gentlemen, we proudly normal present. Außer non-Zum-Zum-Zum, außer non-Zum-Zum, außer non-Zum-Tum. Außer non-Zum-Tum Tum, außer non-Zum-Tum, außer non-Zum-Tum. Und dann noch mal du, außer non, schau nicht lang, geht's ins Radio. Außer non-Zum-Tum, außer non-Zum-Tum, außer non, frabt nicht lang, ich bin nur Radio. Auseinand, samt, 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 und dann bin und her Auseinand, ober, dann kommt's schon wieder her Auseinand, samt, 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 und dann oba, dum Auseinand, frag mich lang, hier bin und dann die um Am Dancefloor spielen St. Borischen, des is doch net so schwer Lass Dirndl aus und ich schwör dir, die huckt gleich wieder her Am Dancefloor spielen St. Borischen, des war nun wieder voll Am Deck, nu will heut keiner mehr, vielleicht a andersmal Am Dancefloor spielen St. Borischen, ey DJ noch einmal Auseinand, samt, 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 samt Auseinand, samt, samt, samt und am Wind und her Auseinand, oberdamm, kommst schon wieder her Auseinand, samt, samt, samt und am Rumpadum Auseinand, fahrt mit lang in Wind und Radium Liebe VolksTV Zuseher, das ist heute eine ganz besondere Ausgabe Neben einem, was heißt einem, neben mehreren Krügerl und Kaiserbier gibt es heute was ganz, ganz Besonderes Ich habe schon gelernt den Pinsker Spritz und da haben wir jetzt die zweite Hälfte der Geschäftsführung mit dabei Lieber Max, ihr habt wirklich einen einzigartigen Betrieb erschaffen vor, glaube ich, 18 Jahren Ja, genau Das ist immer mehr und mehr gewachsen und jetzt habe ich noch etwas erfahren Man lernt ja nie aus Ihr habt auch noch eine ganz, ganz erfolgreiche Destillerie Ja, ganz genau Die Destillerie ist auch 2000 entstanden Die hat der Vater ins Leben gerufen Der Vater war ein leidenschaftlicher Brenner Vorher schon, hat seit 85 immer gebrannt Aber immer mit Freunden mitgebrannt so wie das halt früher auch üblich war Und 2000 haben wir dann die Brennerei gebaut und immer erweitert und immer weitergebaut und mittlerweile sind wir schon relativ stattlich und flott unterwegs in unsere Brände Mit dem Christian, mit deinem Bruder und mit dem Wilfried habe ich schon geklärt Es ist eigentlich ein Betrieb, der sehr viel darauf setzt, da gemeinsam etwas zu erreichen Das bedeutet, gemeinsam mit den Unternehmen vorzugehen, wirklich verlässlich zu sein Ich glaube, so soll es dann auch weitergehen, oder? Man ist immer wieder darauf konzentriert, neue Unternehmen zu finden, neue Gastronomiebetriebe zu erkundschaften Aber das Wichtigste ist dann doch die Handschlagqualität Ganz genau so ist es Wir setzen sehr auf Regionalität Wir haben uns erweitert Und das wird eh mein Bruder auch schon gesagt haben Wir sind ja größer geworden Wir haben im Wald jetzt eine Filiale dazu Das erklärt auch jetzt der Gregor zu unseren Kunden Und unsere Stärke ist die Serviceleistung Also wir sind da, wenn wir gebraucht werden Und das ist unsere Stärke So haben wir den Betrieb groß gemacht und so soll es auch weiterlaufen So wünschen wir uns das auch, dass es weiter verläuft Der liebe Gregor ist jetzt bei uns Und Gregor, ich habe es zuvor in der ersten Gesprächs-Sonde schon erwähnt Du bist ein sehr zufriedener Kunde Denn, wie wir erfahren haben, wir dürfen da gemeinsam Sache machen War Minabile wirklich ein ganz, ganz treuer Partner Der hat gesagt, wir unterstützen euch da dabei mit Bierbänken etc Und ich glaube, auf sowas muss man auch einmal erst darauf kommen Dass ein so erfolgreicher Betrieb da wirklich auch mit anpackt und mithilft Ja, also ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt Damit ich da ein paar Leute eben dabei gehabt habe Die, die mich da zu diesen Betrieben gebracht haben Und die sind von der ersten Stunde weg Beim Obmeer haben sie mich unterstützt Und jetzt beim Kaiserbiermusikantenstamm Da ist mit den ganzen Biergarnituren Das, was ja alles nicht selbstverständlich ist Und da möchte ich nochmal Danke sagen Und jetzt muss ich mal auch ertrinken Trinken mal, ich hätte da nämlich derweil noch eine Frage Die habe ich nicht gestellt Und ich muss sie trotzdem jetzt stellen Sie geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf Wie Nobile, was bedeutet das eigentlich Oder wie kommt man auf diese Marke Der Name ist so entstanden Unsere Leidenschaft ist immer der Wein gewesen Ich war einer der ersten Sommeliers in Pinzgau Ich habe 1996 mein Diplom-Sommelier gemacht Weil es mich einfach immer interessiert hat Und weil ich zu Wein gekommen bin Und es war dann so, dass wir, wie wir die Firma übernommen haben Oder beziehungsweise weitergeführt haben Und wir haben gesagt, okay, jetzt muss was Neues her Jetzt muss auch ein neuer Name her Und da haben wir ein bisschen herumgetüftelt Und haben gesagt, ja, Wino ist der Wein Das Nobile, das Nobile und Wino Nobile, wie Nobile War eben für uns naheliegend, dass die Firma dann so heißen sollte Ich sage Dankeschön fürs Gespräch Eine Frage hätte ich da doch noch Wenn der Herr Geschäftsführer schon da ist Er kennt sich aus Er hat, glaube ich, schon zigtausende Betriebe Wir haben kennengelernt Was gehört denn für dich zu einem originellen Kaiserbier-Musikantenstammtisch? Was darf da nicht fehlen? Was darf nicht fehlen? Das ist Kaiserbier, natürlich Das ist ganz klar Was darf noch nicht fehlen? Musikantenstammtisch Die guten Musikanten und gesellige und lustige Leute Und da habe ich heute schon ein paar gesehen Also das kann nur ein schöner Abend werden Ich würde niemals einen Geschäftsführer verbessern Aber du hast eins vergessen Den Pinzger Spritz Prost! Der Steirer Lern Meine Damen und Herren, wir machen wieder Musik Und dann schauen wir weiter, wie der Abend verläuft Sensationell, Dankeschön Eine Musikformation, die dürfen wir Ihnen heute noch präsentieren Bei unserem Kaiserbier-Stammtisch Beim ersten Teil Es geht ja für uns beide, lieber Gregor Morgen dann weiter Zum Beispiel noch Gerlos Und vieles, vieles mehr Also für uns bedeutet das, wieder früh schlafen zu gehen Ja, wir nehmen es uns vor Und Sie bleiben einfach dran Sie bleiben einfach dran Denn dann geht es gleich weiter Sofort dürfen wir einen Mann begrüßen In unserer goldenen Mitte Ganz, ganz fesch angezogen Das ist der Hubert von der Gruppe Kreinerwind Lieber Hubert, für unsere Zuseher zu Hause Ihr seid ja auch eine ganz begnadete Formation Die die Oberkreiner Musik ganz besonders ins Herz geschlossen hat, oder? Ja, wir sind natürlich langjährige Fans und Verfechter der Oberkreiner Musik und des Stils Der Oberkreiner Musik, ob es österreichisch oder slowenisch, das gefällt uns alles gut Und wir versuchen das natürlich auch in unsere Auftritte Sofern es noch möglich ist in der heutigen Zeit Weil heute ist halt Oberkreiner Musik nicht mehr so populär wie noch vor 20, 30 Jahren Aber wir versuchen das natürlich nach wie vor zu spielen Gott sei Dank gibt es dann noch so ein paar Veranstaltungen wie eben den Kaiserby Musikantenstammtisch Wo sich jeder Mann darüber freut Natürlich auch jede Frau, um im Sinne der Gleichberechtigung zu bleiben Jetzt hätte ich aber eine ganz interessante Frage Ihr seid vier Personen Heute wird euch natürlich der Hauser ein bisschen unterstützen mit seinem goldenen Bariton Woher seid ihr vier? Wir sind Aussi-Waschächte-Pinzgauer, also Salzburger, aus dem Pinzgau, genau Aus Leogang, ich bin aus Leogang und mein Bruder, der Trompeter, ist aus Leogang Der Akkardionist, der Alex, ist aus Maria Ulm Und unser jüngstes Mitglied, der David Schmiderer, ist aus Saalfelden Das heißt im Endeffekt, wenn einmal Probenarbeit ansteht, ist das ja kein Problem für euch? Nein, wir sind im Umkreis von 15 Kilometern daheim Und jetzt ist das eigentlich relativ unkompliziert, ja Da kann man auch ab und dann zu Fuß nach Hause gehen, schlimmstenfalls Wenn es sein muss, natürlich, ja Sportlich sind sie natürlich auch Lass uns ein bisschen über die Ziele plaudern Die Gruppe Kreiner Wink blickt natürlich auch immer wieder nach vorne Gibt es vielleicht einmal, jetzt darf ich ganz frech fragen, wieder etwas zu hören im Sinne einer Produktion? Ja, wir sind auf alle Fälle schon ein bisschen am Planen Beziehungsweise wir haben schon zwei Titel aufgenommen Für den Volksstadel eben, haben wir schon zwei Titel gemacht Das sind super Sachen geworden und möchten uns recht herzlich bedanken bei Hans-Peter Seitinger Tonmeister Und wir machen natürlich ab Herbst, möchten wir eine Produktion starten und im nächsten Jahr möchten wir die veröffentlichen Da freuen wir uns schon sehr darauf Lieber Gregor, du bist ja beim Fredi Pfister in seiner Band eben mit dabei Aber, wer dich vielleicht besser kennt Du warst schon mit früheren Jahren, das haben wir heute auch schon erfahren Ein großer Fan der Blasmusik, der Oberkreiner Musik Und bist es nach wie vor, wir können uns gleich davon überzeugen Und ich weiß es von den ersten und zweiten Ausgaben hier Also wenn es dann darauf ankommt, Oberkreiner Musik passt immer ins Gästehaus hier rein, oder? Ja, natürlich Also Oberkreiner, wie man schon weiß, ist eine gehobene Musik, sagen wir mal so Eine wunderschöne Musik, leider, wie es der Hubert schon gesagt hat Nicht mehr so sehr gewünscht, wie es vor 20 Jahren war Leider, muss man dazu sagen, das war bei mir auch dasselbe mit den Original-Tiroler Spatzen Wie da dabei war, das war auch immer diese Blasmusik, die was ausgezeichnet hat War auch nicht mehr von Nöten, sagen wir mal so Aber für mich ist immer noch wunderschöne Musik, diese Klänge zu hören Und da dürfen wir uns heute auf etwas freuen, wenn wir reden werden Und das, glaube ich, werden wir nachher nochmal anstoßen Gleich wir stoßen gleich darauf an Wir haben ja jetzt hier in dieser Runde drei ganz, ganz große Oberkreiner Fans Ich möchte es fast erweitern, hinter der Kamera ist der Blasch Der ist auch ein riesengroßer Oberkreiner Fan Die Frage geht nochmals an den Hubert Gibt es für dich ein absolutes Lieblingsstück im Sinne der Oberkreiner Musik? Es klingt fast ein bisschen abgedroschen Aber es ist das Trompetenecho Also es ist nach wie vor legendär Und es gefällt mir heute noch gleich Als ob es mir aus Kranenburg gefallen hat Und ich spiele es auch heute noch nach wie vor Jeden Auftritt sehr gern Also das Trompetenecho, da nehme ich schon Hörnimmer aus Ich wünsche dir noch eins, dass du noch ganz, ganz viele Mal Dieses Lied spielen darfst mit deinen Kollegen Dankeschön, dass du mit dabei warst Meine Damen und Herren Ich sage jetzt schon einmal Danke, dass sie eingeschalten haben Aber keiner schaltet hier um Für uns geht es, wenn man das so sagen möchte Auf Tour Denn wir sind wieder unterwegs In wenigen Augen blicken Es gibt noch ein paar Takte Musik Dann geht es schon weiter Schön, dass sie nach wie vor mit dabei sind Und Gregor, wir packen es dann so richtig an Also bis gleich Musik 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 Du und ich und dieses Stück Vergangenheit Musik Beides sehen wir heut drauf zurück Musik Musik All die Jahre dieser längst verflogenen Zeit sagt zählt es denn nicht jetzt unser Glück Musik Liegen kann jeder wenn er von Wahrheit spricht glaub mir ich führe dich nicht hinters Licht Liegen kann jeder doch wer nur schwere bricht sieh dir nicht ins Gesicht während sein Herz zerbricht das geht's doch nicht Musik 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 Du und ich wir haben nur nach vorn geschaut Vorn geschaut Unsere Zukunft was wird aus dir Musik Was die anderen reden ist doch echt egal hör hör endlich auf dein Gefühl und glaube mir Lügen kann jeder wenn er von Wahrheit spricht glaub mir ich führe dich nicht hinters Licht Lügen kann jeder wenn er von Wahrheit spricht doch wer nur schwere bricht es zieht ihr nicht ins Gesicht während sein Herz zerbricht das geht's doch nicht Lügen kann jeder wenn er von Wahrheit spricht wenn er von Wahrheit spricht glaub mir ich führe dich nicht hinters Licht Lügen kann jeder doch wer nur schwere bricht es zieht ihr nicht ins Gesicht während sein Herz zerbricht das geht's doch nicht Musik Meine sehr geschätzten Damen und Herren nach einem fulminanten ersten Tag bei unserem Kaiserbio Musikanten Stammtisch geht es nun für uns weiter und die erste Station bei dieser Reise die ist eine ganz besondere und zwar das ist der Mountain Club das Hotel Ronnach das wirklich einzigartig ist ebenso wie die Frau Geschäftsführerin die Christine die sich jetzt in unsere Mitte gesellt hat und die Frage die wichtigste gleich einmal vorne weg wo kann man diesen einzigartigen Fleck hier in Österreich begutachten wo sind wir jetzt überhaupt Ihr seid hier in einem Paradies und zwar liegt der Mountain Club Hotel Ronnach in Wald Königsleiten in Binsgau gleich die Grenze zu Gerlos das Tiroler Land auf der alten Bundesstraße sind wir zu finden Das Paradies ist oft so nah und liebe Christine du sprichst es an es fühlt sich hier eigentlich ein jeder von der ersten Sekunde an jetzt blicken wir ganz kurz zurück wie hat sich das überhaupt ergeben es ist ja ein Familienbetrieb ein stolzer Familienbetrieb das kann man auch hier überall sehen aber da gibt es ja eine ganz besondere Geschichte dahinter ja dieses Gut Ronach das ist schon das erste Mal urkundlich benannt 1000 nach Christus das hat zur Grafschaft Lechmünz gehört zu dem Schloss Mittersill und wurde immer verpachtet vermietet und 1898 hat mein Urgroßvater dieses Gut gekauft also sind wir 121 Jahre alt ich bin jetzt die vierte Generation und mein Sohn der Fabian steht schon in den Startlöchern das wird auch die fünfte Generation noch durchziehen werden da kommen noch hoffentlich viele Generationen dazu der liebe Gregor meine Wenigkeit wir haben uns schon ein bisschen umgesehen es ist wirklich ein ganz besonderes Haus denn es bietet den Gästen sehr viel kulinarisch gesehen was die Erholung anbelangt der Wellnessbereich ist ganz besonders was schätzt eigentlich die Geschäftsführerin am meisten in diesem Hause ja meine Liebe geht zurück zu meinem Großvater, Vater allen vor wir sind Gastronomen wir lieben die Menschen wir wollen ihnen was Gutes tun das liegt uns am meisten am Herzen und natürlich schauen wir immer dass unsere Häuser modernisiert werden dass wir auf dem neuesten Stand sind aber die Wichtigkeit ist dass die Gäste kommen und aus Freunden gehen ich glaube dass das unser größter Pluspunkt ist weil wir einfach mit offenen Herzen da stehen wir wollen wissen was ist mit den Menschen dahinter los dass wir ihnen wirklich unsere Achtung unsere Zeit geben um etwas Gutes für sie zu tun und durch das haben wir so viele Freunde 80 Prozent Stammgäste und es ist so schön die kommen rein wir müssen fast gar nichts tun die wissen wo sie schlafen sie kommen aus Freunden und diese Energie die gibt uns so viel egal wie viel wir arbeiten müssen das ist so eine schöne Geschichte dass die Arbeit einfach keine Arbeit mehr ist sondern Freude, Glück und wir lieben es und das merken natürlich auch die vielen Gäste natürlich ein großes Highlight ist dann immer wieder der Winter der ja auch jetzt noch einige Tage andauert wir dürfen uns bedanken dass Ostern so spät ist das heißt die Skifahrer haben noch einige Tage Zeit aber wenn wir jetzt in den Sommer blicken habt ihr ja da auch geöffnet weil da werden wahrscheinlich sehr viele Wanderer und Radfahrer da herkommen wie sieht das da aus? ganz wichtig ist mir auch noch zu sagen da wir Königsleiten die Zillertal Arena wir sind Königsleiten der höchste Ort in der Zillertal Arena wir beginnen bei 1600 Meter gehen rauf auf 2500 Meter also sind wir präestimiert dass wir auch Ostern offen haben ich weiß in meinem Leben noch nie dass wir Weihnachten oder Ostern keinen Schnee hatten ich habe immer Angst dass ich keine Gäste nicht habe aber Schnee haben wir immer also Ostern haben wir offen bis zum 23. April fahren wir also wenn noch jemand Lust hat bitte anrufen E-Mail schreiben Facebook Internet sind wir überall zu finden und vor allem der Sommer liegt uns ganz extrem am Herzen früher gab es ja bei uns nur Sommerfrische viel später kam erst der Wintertourismus jetzt sind wir ganz stark geworden die letzten Jahre es gibt ganz viele Programme wir arbeiten mit der Adventure Schule Sportzimmer Unterwurzacher die Zillertal Arena wir sind eine E-Bike Gemeinde wir haben jetzt wieder dieses Rush da geht es mit den E-Bikes von München bis zu uns ein riesen Camp das macht der HB Greidl wirklich sensationelle Programme wir haben Mega Flying Fox Canyoning, Tubing Wanderungen oben ist der Stausee der Urlaubsboden Stausee da kann man Stand Up Battling Tretboot fahren also rund um die Uhr in Österreich wir sind da wirklich gut aufgestellt schaut euch das an wir würden uns sehr freuen und genau das machen sie meine Damen und Herren dann schauen sie sich dieses Haus da an jetzt haben wir so viel erfahren wir haben so viele Highlights gesehen lieber Gregor dein Blick verrät eigentlich nur eins man müsste hier fast Urlaub machen und nicht arbeiten so wie es will aber es ist auch für uns ein bisschen Urlaub auch wenn er kurz ist aber sie meine Damen und Herren machen das wirklich einmal da können sie abschalten es gibt so viele verschiedene Angebote auch im Haus es gibt von der Suite bis zum ja klassischen Zimmer alles was sich eben in jeder Wahl fühlt zudem ist auch noch der Sonnemann hier ein absoluter Meisterkoch der verzaubert die Gäste im kulinarischen Sinne also es gibt eigentlich alles was gefällt dir am besten da Gregor Hand aus Herz jetzt ja ich glaube die ganze Herzlichkeit wenn wir noch reinkommen ist glaube ich das Größte was man sich auch als Wirt oder als Gast wünschen kann und auch machen soll vor allem auch als Musikant wird man immer gerne mit offenen Händen empfangen Musik haben angesprochen die habt ihr ja wöchentlich und bei uns gibt es die Musik Gott sei Dank täglich wenn nicht stündlich und genauso machen wir jetzt weiter meine Damen und Herren nicht nur der Grenzgänger Sound ist heute hier vertreten sondern auch eine tolle Band und zwar die Gasteiner und die spielen jetzt auch für uns einen flotten Titel auf haben sie viel Spaß gute Unterhaltung und dir liebe Christine alles Gute weiterhin und bleibt genauso mit dem Herzen dabei denn dann werden aus den 80% Stammgästen 90% danke das hoffe ich danke ganz neben euch viel Spaß und macht so weiter Dankeschön gute Musik Danke 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 Ich trage dich auf Händen seit vielen vielen Jahren weil wie jede Sekunde wie ein Gedanke war du bist die Kraft im Herzen die mich nach vorne treibt die mir in meiner Seele die schönsten Träume schreit wir beide gehen immer nur zu zweit gemeinsam Hand in Hand durch Raum und Zeit wir beide wir beide sind lange nicht am Ende ich bin nicht am See An jedem neuen Morgen bist du mein Sonnenschein mein Licht in dunklen Nächten gern schlaf ich mit dir ein es gibt kein wenn und aber es gibt kein wenn und aber du liebst mich wie ich bin du wirst mir niemals wehtun du gibst mir Mut und Sinn wir beide gehen immer nur zu zweit gemeinsam Hand in Hand durch Raum und Zeit wir beide wir beide wir beide sind lange nicht am Ende nicht am See wir beide gehen immer nur zu zweit gemeinsam Hand in Hand durch Raum und Zeit wir beide gehen immer nur zu zweit wir beide wir beide sind lange nicht am Ende nicht am See wir beide wir beide wir beide sind lange nicht am Ende nicht am See wir beide gehen immer nur zu zweit wir beide wo sind wir denn da ganz genau jetzt gelandet ja wir sind da in Gerdlos in Siedertal auf 1300 Meter Seehöhe wir sind ein wirklich hochqualifizierte Wintersportart und auch die jetzt mittlerweile ist in 5 Jahren auch eine Sommer Tourismusart mit viel Radl fahren im Sommer und im Winter der Name alleine schon der Skifahren ist unsere höchste Priorität und das merkt man auch bei den Gästen und wenn man jetzt da von deinem Haus spricht es hat ja eine einzigartige Lage denn jeder Skifahrer der da ankommt der ist schon fast bei dir im Hause in diesem Iskogel stöbelt und da gibt es vor allem Kulinarisch das absolut Beste da ist dein Sonnemann in der Küche unterwegs ich habe sein Top Team und vor allem da müssen wir uns gleich unterhalten jeden Tag Après Skistimmung vom Feinsten ja das ist jeden Tag bei uns direkt nebenbei ist die die Seilbahn und die Gäste wenn sie runterkommen dann fahren sie direkt mit der Ski fast in den Park hinein und natürlich da ist natürlich jeden Tag volle Partystimmung und ich mache natürlich mit dem DJ die Partystimmung und natürlich es ist bei uns ein voller Familienbetrieb die Tochter die zwei Buben alle haben und die Frau natürlich alle haben im Betrieb integriert dann in der Küche dann in der Service und das ganze Management macht die Tochter Die nächste Runde Bier die geht auf mich dafür habe ich eine ganz gefährliche Frage jetzt an dich gerichtet ich habe von den Gästen erfahren es gibt da immer solch ein tägliches Highlight wenn der Luigi seine obligatorische Bolognese startet und das stimmt wirklich du bist da mit deinem Helm dann unterwegs ab und zu auch mit einer Flasche des Schnaps und da geht es dann wirklich so rund dass sich teilweise die Gäste sogar ärgern wer als erstes hinter dir dann bei der Bolognese starten darf ja ja da geht es unheimlich zu da können wir schauen um 18 Uhr ist normal haben wir die Bolognese und dann kommen wir schon eine halbe Stunde früher rauf Luigi jetzt geht es bald los wir müssen runter zur Bolognese und nachher warten schon einige die mitgehen wollen und haben gesagt heute ist der dran morgen ist der dran und übermorgen ist der dran und nachher werden alle die ganzen Helme wir haben eigene Helme mit Sirenen drauf ich bin voraus mit der Teufelsgeige und um 18 Uhr starten wir die große Bolognese wie schon gesagt und dann geschlose singe ich meine Lieder ich habe selber Mädel du fühlst dich wohl und etc. und die Leute sind so in Stimmung und das ist unsere Aufgabe die Urlauber in Stimmung zu bringen und dass sie Gaudi haben von Alltag rauszukommen und hier danken sie wirklich Energie und Freude und Liebe und natürlich wenn man sieht um ca. 11, 12 Uhr wie sich die Menschen und die Frauen verändern in die Liebe hinein ist das Nachtleben hinein von Gellers mit der Olle Leitln dort und wo sich die fühlt wenn die Musik spielt bei dem Boarisch Klang dauerts oft nicht allzu lang die Wanda nicht schenieren und gleich ja wussern wir auf geht's Leitln jetzt ist Zeit Boarisch Zeit nehmt ein fisches Weiberleid Boarisch Zeit heizt und zwar mit voller Schneid Boarisch Zeit jetzt die Gäten fliehen dies macht er frei jetzt ja weiter Boarisch Zeit In der späteren Stunde gibt's ein Busserl auf dem Mund. Jetzt gehen wir noch nicht heim, wir feiern noch bis morgen. Boarisch tanzen fit, alle machen mit, auseinander und so zu dem Boarisch-Klang. Auf geht's Leitl, jetzt ist Zeit. Boarisch-Zeit, nehmt's ein fisches Weiberleid. Boarisch-Zeit, heizt uns war mit voller Scheid. Boarisch-Zeit, die Gäten fliehen, dies macht erfreit, ja weiter Boarisch-Zeit. Boarisch-Zeit, die Gäten fliehen, dies macht erfreit, ja weiter Boarisch-Zeit. Liebe Volks-TV-Zuseher, der Grenzgänger-Sound, der ist fast überall in Salzburg und Tirol vertreten. Aber das Besondere, und deswegen ist er jetzt auch wieder mal neben mir, der Daniel, irgendwie schaut es hier anders aus. Ein neues Outfit, warum, weshalb? Ja, Daniel, es ist ja so, wir haben uns gedacht, wir müssen mal irgendwas ändern wieder, weil Zillertal soll ja wieder zurückkehren. Wir sind der Dächter, der Grenzgänger-Sound aus dem Zillertal. Die Rebellion. Und jetzt haben wir es geschafft, in unsere 2. Pinzgau endlich mal in diese Zillertaler Tracht reinzustecken wieder. Aber das passt ja sehr gut, muss man jetzt unter uns einmal erwähnen. Ansonsten, musikalisch gesehen, habt ihr ja sowieso immer alles mit dabei. Vom bayerischen bis hin zu flotten Polka, bis hin zum exzellenten Schlager. Also da verändert ihr euch nicht. Nein, da werden wir uns sicher nicht verändern. Auf der Bühne gehen wir sicher wieder Vollgas, wie immer, partymäßig, gehen wir Vollgas, Polka, wie du sagst schon, die bayerischen. Da bleiben wir gleich. Wir verbringen heute einen ganz tollen Abend hier beim Iskogelstöbel. Beim Luigi eine lebende Legende. Jetzt erzähl uns ganz kurz, was macht für dich den Luigi so besonders? Den Luigi macht für mich besonders. Also ich bin von Anfang an, dass ich den Luigi eigentlich weiß, bin ich von dem Luigi akzeptiert worden. Der hält dann immer auf, also der ist immer gut drauf. Faszinierend, was der Mensch eigentlich, was der für eine Lebensfreude hat. Und wie der das mit den Leuten macht, also entertainer Buh. Kann aber hat seine privaten Seiten. Du kannst auch mit ihm ganz normal reden, wenn du ihn kennst. Aber ich sage einfach, das wäre schon ein Mensch. Du bist ein absoluter Profi, was auch das Menschen einschätzen anbelangt. Und jetzt bin ich gespannt, ob du ein absoluter Abrische Profi bist. Gibt es für dich einen Abrische Hit 2019? Die kalt oder grün natürlich. Obwohl es ja rot angezeigt. Soll so sein. Ich danke dir für das Gespräch und bis zum nächsten Mal, was wahrscheinlich bald sein wird. Danke schön. Vielen Dank, Stefan. Liebe Volkster von Zusea, das ist unser Kaiser-Bier-Musikanten-Stammtisch Nr. 3. Und wir sind mittlerweile dann doch im großen Finale angekommen. Aber diese Chance möchten wir noch nützen, Ihnen eine Weltklasse-Formation vorzustellen. In unserer Mitte sitzt der Chris. Und lieber Chris, wir haben euch heute schon einmal genießen dürfen im flotten Oberkrainersound. Es gibt dann gleich noch eine tolle Zugabe. Aber jetzt hilf uns einmal und erklär uns einmal, woher seid ihr ganz genau und wie lange gibt es euch denn schon? Und das geben tut uns überhaupt noch nicht lang. Wir sind im zweiten Jahr zurzeit. Wir haben letztes Jahr begonnen mit dem ganzen Projekt Die Gasteiner. Wie gesagt, der Name ist Die Gasteiner. Ich bin zwar der einzige Gasteiner, aber ich lenne Fischer, heißt auch Fischer und tut nicht fischen. Im Endeffekt sind wir ein zusammengewürfelde Partie. Radstadt, Boteaussee, St. Michael. Zentrales im Gasteinertal, deshalb Die Gasteiner. Ja und bei dir darf man das wohl behaupten, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Du kommst ja aus einer Musikerfamilie und ich glaube, so wie es bei mir war, man lernt im Endeffekt als junger Bub nichts anderes, oder? Wie die Leute zum Unterhalten und das Musik einfach gut tut. Das ist so genau aufgewachsen. Daheim im Gasthof, im Gasthof Publikum Dorfgastein, da ist man eigentlich ein paar Jahre lang mit dem konfrontiert, dass man Gäste ein bisschen unterhält, mit denen wir aufwachsen. Du sagst, von klein auf fest musiziert und dann wächst das Ganze halt immer mehr. Und das ist es geworden. Passt. Und ihr seid mittlerweile wirklich zu einem tollen, großen Haufen zusammengewachsen. Vier Musiker mit Leib und Seele. Und wenn man sich so ein bisschen im Internet umschaut, da findet man gleich so Stichwörter. Prachtig, rebellisch. Wie würdest du euch am allerschnellsten Wege beschreiben, bezeichnen? Das erste Mal, glaube ich, ist, dass wir das Glück gehabt haben, oder das Glück gehabt, dass wir vier coole Wurschen sind, die miteinander toll auskommen. Weil, ich sage einmal, wenn wir vier tolle Freunde sind, das, glaube ich, merken die Leute auf der Bühne. Ob es dir jetzt ein bisschen gestillt ist oder ob es dir gefällt, wie du miteinander auskommst oder umgehst. Und das macht, glaube ich, viel aus auf einer Bühne. Wenn das ganze Luke rumkommt oder wenn du das gerne tust, wenn du dich mit den Leuten gerne auf der Bühne stehst. Und wie gesagt, darum kommt das. Und Chris, wenn es bei unseren Zusehern zu Hause einmal richtig rockig und rebellisch zur Sache gehen sollte, wie kann man euch am schnellsten Wege erreichen? Wie kommt man mit euch in Kontakt? Am besten ist es auf 2 Millionen. Ich bin normalerweise ben immer erreichbar. Darum heißt es auch auf der Mobilbox, auf 2 Millionen, wenn es etwas braucht. Nein, ich hoffe nicht. Internet www.diegasteiner.de ist am einfachsten. Steht die Telefonnummer, E-Mail-Kontakt, alles dabei. Also bitte, steht es bereit. Und wenn Sie einmal da in der Nähe von Gastein sind, also, wie gesagt, dieses einzigartige Restaurant, das lädt auch einen zum Verweilen, zum Gut-Essen. Du bist ja selber Koch, aber nicht zu Hause. Genau, ja zu Hause auch, das bleibt nicht aus. Das passt schon, wir sind eine Familie im Prinzip. Bei uns hilft jeder zusammen, da ist jeder eingeteilt. Das passt. Aber du hast mir vorhin erzählt, dann in der Hauptsaison bist du sogar noch woanders in Dorfgastein tätig. Genau, wenn ich in Dorfgastein tätige als Koch, da sind wir auswärts. Im Winter spielen wir nicht zu viel und im Sommer läuft das Ganze ein bisschen anders. Da steht dann die Musik ein bisschen mehr im Vorgang. Ganz besonders gut ist unser Kaiserbierstammtisch Nummer drei wiederum verlaufen mit wirklich unglaublich vielen Musikanten. Jetzt müssen wir uns ganz kurz noch über diese vier Burschen unterhalten. Was ist für dich das ganz Spektakuläre an dieser Band? Ist es wirklich die Gaudi, die sie umgebringen? Aber es ist glaube ich dann doch auch die musikalische Qualität, wenn man das hört, oder? Ja, natürlich. Also es ist die Qualität, wenn man es anschaut, was der einer schöner ist als der andere. Nein, wie gesagt, es ist die Qualität. Es sind die wilden Hunde, was dazugehört, rebellisch, rockig, urig und echt. Sie machen handgemachte Musik und das soll so sein. Und das werden wir auch im Live-Stammtisch auch einmal hören. Dann werden wir es dann einmal einladen und dann sollen sie mal richtig anheben. Und auf das freuen wir uns, auf die Gasteine und natürlich auch auf seinen Papa. Irgendwann kommt er auch einmal. Da werden wir es nachher um die Dörfer und die junge Generation. Meine Damen und Herren, die Musik, die geht uns einfach nicht aus. Und einen Titel hätten wir für Sie heute noch vorbereitet, eben von den Gasteinern. Wir brauchen keine Millionen, oder glaubst du, so heißt er? Ich brauche keine Millionen, genau. Ja, ich auch nicht. Also wir, er braucht es auch nicht. Wir brauchen einfach viel Musik. Kaiserbier, gute Musik, gute Kollegen. Und ich sage Ihnen nur mehr eins, Dankeschön fürs Einschalten. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Ausgabe. Auf die Ausgabe Nummero 4. Und somit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und nochmals viel Spaß mit den Gasteinern. Jungs, Dankeschön, Prost und auf einen schönen Abend. Wiederschauen, meine Damen und Herren. Ich fühl mich so richtig gut. Hey yo, hey, oh hey, oh hey. Deine Liebe macht mir Mut. Hey yo, hey, oh hey. Du und ich ein geiles Leben. Alles ist okay. Lass uns in den Himmel schweben. Hey yo, hey, oh hey. Ich brauche keine Millionen, was ich brauche bist nur du Ja, mit dir das ist der Wahnsinn, Tag und Nacht und I love you Ich brauche keine Millionen, weil du unbezahlbar bist Du zeigst mir die wahre Liebe, die man niemals mehr vergisst Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tausend Sterne in der Nacht, he, oh, he, oh, he Du weißt, was mich glücklich macht Hey, oh, hey, oh, hey Ich will dich nie mehr verlieren Love you every day Lass uns Leben neu probieren Hey, oh, hey, oh, hey Ich brauche keine Millionen Was ich brauche, bist nur du Ja, mit mir, das ist der Wahnsinn Tag und Nacht, oh, I love you Ich brauche keine Millionen Weil du unbezahlbar bist Du zeigst mir die wahre Liebe Die man niemals mehr vergisst Oh, 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 oh Ich brauche keine Millionen, weil du unbezahlbar bist Du zeigst mir die wahre Liebe, die man niemals mehr vergisst Oh, 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 oh